hallo leute matthias wieder hier aus dem wunderschönen thailand ja ich bin wieder mal bei der straßenbau hier um mal kurz zu sehen wie die jungs vorangekommen sind ja und es sieht ganz gut aus also scheint eine hälfte ist fast gemacht leute es hat ein bisschen geregnet nicht der rede wert aber die straße ist nass und ich glaube heute haben die jungs da gar nicht gearbeitet dieser beton ist schon ein paar tage alt und wie ich schon sagte die hälfte der straße glaube ich ist fast gemacht also das geht ab ist ja bis zu der verbindungsstraße da vorne ja das sieht ganz gut aus meine hunde begleiten mich ja es hat kurz geregnet jetzt die sonne schon wieder draußen ganz verrücktes wetter na ja gerade ganz gerade geht die straße auch nicht aber das sind so die markierungen die grenzen man sieht die grundstücke die zäune und ja die straße muss sich halt danach richten aber vielleicht ist auch besser so dann rasen die nicht wie die blöden nachher so also ich glaube schon dass die bis zur verbindungsstraße da gemacht wird ja das sieht so aus das sind noch ein paar meter jetzt und dann ist da schon die straße ich gehe jetzt nicht mehr bin ich ganz dahin aber ja ist okay leute und wie schon sagt der beton ist auf jeden fall besser als asphalt also man sieht die straße mit asphalt voll mit schlaglöchern und so da ist der beton doch schon besser ja bald ist dann die straße auch fertig und dann bleibt noch unser kleine sträßchen und wenn das auch gemacht wird ja dann kann man da vorne auch bei uns den beton richtig machen und die einfahrt und so bis dahin ich lasse erstmal die straße machen und dann kommt der rest so fängt schon wieder an zu regnen dann sieht es hier die reißfelder abgemäht sieht aber im großen ganzen schon gut aus hier ist eine tafel keine ahnung was darauf steht aber da gibt es überall naja da müsste man thailändisch können ok leute fahren wir zurück nicht dass es noch richtig anfängt zu regnen und da haben wir doch ein problem mit dem salen ist man zwar ein bisschen geschützt aber auch nicht so ok so noch mal hier die reißfelder hat oder sieht eigentlich aus ganz ok aus hier beim nachbarn der hat wasser natürlich der hat sich da ein teich gegraben von daher immer wieder wasser gepumpt da sieht man sein reis ist auch schön gewachsen der hat jetzt so diese ich sag immer ehren aber das sind eigentlich rispern glaube ich sagt man beim reis ja der hat schon die ersten rispern ja das fängt wieder an zu regnen trotzdem die sonne scheint ganz komisches wetter leute ja gut unser sträßchen immer noch so wie man es kennt ok jetzt gegen die sonne ja leute und jetzt sind wir noch mal bei unserem reisfeld hier das erste das schöne und man sieht der reis ja das sieht man jetzt auch schon die rispern ja ich sag ja noch ein gutes monat ein monat und dann kann man ihn ernten wenn das so weiter geht das geht dann ganz schnell alles schön grün könnte noch ein bisschen regen gebrauchen vielleicht was jetzt diese paar tropfen die da gefallen sind ist eigentlich gar nichts aber gut es war richtig trocken der boden habe ich auch heute beim rasen gemerkt also ein bisschen regen würde mit sicherheit noch gut und man sieht wie hoch der reis hier ist leute also wir sind ständig beim raufen denn am job und der oliv die knurren sich ständig an also leute hier das feld sieht gut aus die anderen sind nicht so schön habe ich bereits schon gesagt aber so ist es nun mal wenn kein wasser da ist ja ok so leute und jetzt schauen wir uns noch mal an was der matthias so heute gemacht hat hier also hier mal neben dem pool gemäht und ja das sieht sehr schön aus und ein bisschen regen der tut jetzt natürlich auch gut dass es alles schön grün bleibt der pool immer noch so wie man ihn kennt aber wie gesagt die nächsten tage kommt da wasser rein stufenweise und somit versucht man dann auch die folie ein bisschen zu glätten den boden aber die folien werden bleiben vielleicht nicht mehr so viele aber ich mache mir da keine illusionen dass die vielleicht weg gehen aber solange dicht ist bleibt es so so hier die hecke ist ja auch soweit ok bis hier habe ich schon gesagt und da muss ja geschnitten werden und immer vorsichtig sein mit den westen estern gut und ja hier natürlich nicht auch noch ein bisschen zeug herum dass man da alles irgendwie das pumpen häuschen mal kurz zeigen habe es jetzt ausgemacht also dieses im augs ding und das ganze kann man ja also und das ding geht es hier dass wenn es nicht mehr funktioniert schmeiße ich es raus man sieht man hat hier zwei robinetts die mache ich zu dann und dann wird das wasser wieder hier und bleibt dann einfacher chlor cool ohne salz sollte es noch funktionsfähig sein dann muss ich wieder salz rein tun und vielleicht hier das mal raus drehen und ein bisschen sauber machen ja das sollte eigentlich der der chang hier der sich mit dem pool auskennen machen und ansonsten ja ich tue jetzt den strom wieder ab so das ist der filter noch mal ein kleiner filter und so sieht es aus ist nichts besonderes und das ist ein sandfilter wie gesagt dann muss man auch den sandfilter auch austauschen das wird dann von hier so aufgemacht und der sand ausgetauscht alle fünf jahre oder so manche machen es früher manche später ja ok dann hier habe ich auch noch gemäht muss natürlich die hecke auch noch geschnitten werden wie man sieht und hier neben dem wassertank also beziehungsweise unten das ganze gras da irgendwie weg machen da muss man immer aufpassen da können auch schlangen sein und skorpione und das ganze zeug also hier durch dieses heck das bleibt nicht so das muss man auch sauber kriegen und ja und dann hier noch ein bisschen ja das unkraut auf järten und hecke schneiden und dann rundherum nochmal ums haus ja hier sauber machen das ganze und dann ist es ok leute so viel arbeit ist es ja auch nicht das ist ja jetzt die fläche nicht so groß ne hier und ums haus und cool dann das andere das ist wieder eine ganz andere geschichte da braucht man mehr zeit und wahrscheinlich auch Hilfe hier habe ich auch gemäht so und hier auch da bin ich aber nicht in die ecken gekommen da ist man damit der motorsensor nochmal man sieht es neben den bäumen aber ansonsten muss man das jetzt auch das gras rausreißen neben den bäumen aber gemäht ist es auf jeden fall jetzt ja und es sieht eigentlich ok aus dieser regen ein bisschen regen tut immer gut dann muss jetzt hier noch ein bisschen zusammengefegt werden habe ich nur daneben den pool gemacht hier noch nicht muss ich nachher noch machen und ja ist eigentlich ok so hier natürlich auch das ganze zeug weg neben den Rehs oder was das sind ja ok leute und dann noch ein bisschen hier aufräumen da vor dem tor die ganzen Padflaschen und was da noch alles ist werden wir wahrscheinlich da morgen zusammenstelle fahren und schön langsam sieht es dann eigentlich wieder normal aus und ich hoffe sehr dass es auch so bleibt so leute ich habe jetzt die kamera noch mal eingestellt einfach so und kann hoffen dass man mich sieht so ok leute und ja das war's wieder mal heute ein tag mit viel arbeit also rasenmähen fast den ganzen tag mit einigen pausen weil die sonne war teilweise so stark dann dass man da nicht mehr draußen arbeiten konnte aber ja das war auch wiederum bewölkt also so ein ganz komisches Wetter wie auch jetzt Sonnenschein, Regen es ist wie im April in Deutschland so ungefähr ja aber wie gesagt langsam kommen wir voran und zumindest hier dieser Bereich Poolbereich und hier vorne soll schön aufgeräumt sein mit dem anderen kann man sich Zeit lassen das juckt mich ehrlich gesagt nicht so das ja aber hier wo wir uns aufhalten wo wir wohnen das muss eigentlich sauber sein so wie es sich gehört na ok leute und das war's dann auch schon wieder mal für heute und ja euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss und dann bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017